Finale im Jugend-Halbwetter-Bicht. Kampfnimmel 64 kg, Kampfdistanz 3 Runden nach 3 Minuten. Ich rufe in die rote Ecke den Kämpfer Mohamed Blauli vom SSV Jan Redensburg und in die blaue Ecke Joshua Lederhofer vom Polizeisportverein Augsburg. Der dritte Mal überliegen bei dieser Begegnung ist Karl-Heinz Wolfstädter, als Punktrichter von Mian Karel Hader, Simone Baugner, Diana Milani, Fritz Reuter und Alexander Dachisch. Dreh frei und eins. Der dritte Mal überliegen bei dieser Begegnung ist Karl-Heinz Wolfstädter, decisionen Sie, Herr Teufger, an den 2020en im König Fernand Fertig Kon academics in die Begegnung Wir werden hier vom Speichandwood Sieg 274. Sieg 229. Schlandsding Vielen Dank. 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 Vielen Dank.